Was für ein Monster muss man sein, um sein eigenes Kind zu töten? Frau Doktor, zwei Tütchen. Wir müssen sie beschützen. Dann finde sie. Es könnte einer von den Wörtern sein. Du hast Angst, mit ihm was anzufangen, weil du mir nicht wehtun willst. Sie hat nicht auf mich gehört. Sie hat nicht auf mich gehört.